Es ist ein verflucht wichtiger Job. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Der Kunde ist der etwas überaus seltener Peer. Sie sollen biologische Proben besorgen. Blut, Haut, Haare, Organe. Ich bin Martin David von der Universität. Wo ist euer Vater? Weggegangen, den Berg. Sie sollen etwas suchen, von dem die Fachwelt glaubt, dass es ausgestorben ist. Die seltenste und damit wertvollste Kreatur auf unserem Planeten. Was für eine Arbeit ist ein Mann da oben nachgegangen? Er war auf der Jagd nach einem Tiger. Aber du weißt doch, dass es den nicht gibt. Der hat einen gesehen, aber das ist ein Geheimnis. Wird seit letztem Sommer vermisst. Wir haben zwei Wochen gesucht. Aber keine Spur. Menge Touristen suchen den tasmanischen Tiger. Die von National Parks haben einen Totenabdruck gefunden. Danke, Mr. Mindy. Von hier aus schaffe ich es allein. Das spricht dafür, dass ein Tiger es getötet hat. Er frisst das Herz zuerst. Was glauben Sie, ist mit Jarrah Armstrong passiert? Ausgerutscht, Bein gebrochen, verbrochen, verhungert. Jarrah sagte, dass jemand ihn verfolgen würde. Hände nach hinten, Handflächen nach oben. Was haben Sie dafür gekriegt, mir zu folgen? Sie sagten, ich soll anrufen, wenn es Probleme gibt. Es scheint so, als würde ihr Wissenprachtler ein Problem kriegen. Die haben jemanden geschickt, um mich auszuschalten. Die haben jemanden geschickt, um Jarrah zu töten. Und die werden Leute hierher schicken, bis sie haben, was sie wollen. Das war's, nicht so, als würde ich.